Was ist das? Hm, was ist das? Willkommen zu dem Programm von Was ist das. Mädchen, hier ist Siegel in der Tafs. Um 15. Tag muss Gott die Feil im Himmel und die Fisch im Boden. Das Fischlein in dem Wasser, das Rehlein auf der Au, das Vöglein in den Zweigen, das Blümelein im Tau. Sie alle liebt der Heilandseher, doch uns gibt da noch viel mehr. Der Käfer auf dem Baume, der Hase in dem Klee, der Fuchs dort in dem Walde, der Schwetterling in der Höhe. Sie alle liebt der Heilandseher, doch uns gibt da noch viel mehr. Er liebt die Indianer, Chinesen hat er gern. Die schwarzen Afrikaner, die weißen Nah und Fels. Der Heiland liebt sie alle klein, jeden Ruf, der in sein Reich. Von der Städte, wo die Fisch leben, gibt es zwei verschiedene Dinge. Das hier Fisch wird in Seitwotter leben. Dort sind die Seitwotter Fischen. Dort sind Wotter, was nicht solch sind. Das ist die Riefers, die Flüsse. Die Bäche in den Säuen, die Lechten, was dort ab dem Land gibt. Die meisten Fischsorten sind auf schwammen und solch sind Wotter. Dort ist ein Meer oder ein Ozean. Dort gibt viele, viele duzende verschiedene Säuen Fisch. Er liebt vielleicht 25.000 verschiedene Säuen. Er ist ein ganz besonderes Storabgebiet, wo die Wurden aus ein solch sind oder ein seitwotter. Die Gräute Mieren, die Gräute Ozeanen, wo das Opperwalt gibt, haben sehr, sehr viele Fischbären. Viele Menschen leben auch davon, dass sie diese Fischrütfischen in Verkäpen oder zum Etenbrücken. Die Mieren oder die Ozeanen haben auch sehr viele verschiedene Plante, wo die M-Wurden leben. Möstenfalls kann ein Fischblöse in einer Städte leben, oder wenn der Salmon oder der Laks kann beden. Die können die erste Zeit von seinem Leben im Fluss oder im Riefer wohnen. Und dann schwammt die Rüten im Meer und lebt dort im solchen Ozean, im solchen Meereswurter, das ewige Zeit von seinem Leben. Sicherlich haben Fisch dann auch verschiedene Möten. Der Fisch Hai, oder Shark, in Englisch, wird bei 15 Meter lang. Und dort gibt auch Fisch, die sehr lang, die Streit sind, sind nicht lang, sind alle. Und in einer Kugelrunde Fisch, ein ganz kleiner, wird man bei 9 Millimeter lang. So, ihr habt es ganz verschiedene Zarten Fisch. Wenn wir hier von Fisch reden, dann reden wir ganz besonders von der Fisch, oder von der Tieren, was kann ein Wurter-Ewa leben ohne dass sie eine Bovenschwammel in Luft ödmen. Der Wollfisch, der größte Wollfisch vom Ozean, die möchten jeder stütze über die Bovenschwammel in Luft holen, in Döcken, dann weiter ungen, zum Fretchenfängen und zum Wurter-Leven. Aber von da reden wir nicht von Wollfisch, wo Luft holen möchten, von da reden wir von der Fisch, wo im Wurter-Leven, und wo aus dem Wurter Sauerstoff rückkriegen. Ihr Körper hat Gott so gemocht, dass sie nicht Brückenloft holen, zum Sauerstoff in ihr Körper nennen, zu kriegen. Von dieser Sorte Fisch wird sie stüt am Wurter-Leven erst 15 Meilen und zu fährder gerätzt. So wird kriegen dann diese Fisch-Sauerstoff uit dem Wurter rück. Wenn du mal Fisch n'gegonen bist, und hast ein fern Fisch gekriegen, dann tic mal, fähr du am Däut magst, ohne Sied von seinem Kopf, vielleicht da, wo die Fisch-Ure wird haben, wann die wird seine Uren haben und wir haben, da sind zwei Plöten. Diese zwei Plöten, die dökkeln ab und doll. Das sind die Kiemen von dem Fisch. Diese Kiemen, die sind so gemocht, dass sie den Sauerstoff aus dem Wurter rückkriegen können. Kreuzes anselungen so gemocht sind, dass sie den Sauerstoff aus dem Wurter rückkriegen können, und ein Ansploten anbringen können, sodass wir leben können. Die Fisch nimmt das Wurter nähen durch seinen Müll. Dort geht dann, wo er dann gefiltert hat, und hänge geprast, durch die Kiemen, zämmt das Wurter rück, und bei dem Sauerstoff wird im Wurterbein wie Blüftbein. Blüft somit im Körperbein, und kann dann den Fisch umleben halten. Wenn du langen Fischbüte legen lässt, kann die nicht leben bleiben, wenn seine Kiemen sind nicht so gemocht, dass die Sauerstoff aus dem Luft rückkriegen können, sondern sind so gemocht, dass sie bloß aus dem Wurter Sauerstoff rückkriegen können. Gott hat den Fisch, das dort gemocht. Ein Wohlfisch-Ober, von dem wir euch reden deiden, der haft Lungen, das einzelne und die Tiere, was auf dem Land leben deit. So, der holt Luft, mit seinen Lungen, triecht er den Sauerstoff aus dem Luft rück. In Wienhäuser steht gemocht es, wird Wurter in der Naturwissenschaft nicht aus Fisch eingeschätzt, sondern aus einem Säugertier. Wenn es ein Säugertier ist, dass irgendein Säugertier, was wir kennen, was auf dem Land lebt, existiert leben deit. Dort hat Lungenhaft in Sauerstoff über den Luft rückkriegen deit. Ein Fisch kann sehr gut schwärmen. Die kommen mit seinen Schwanz und mit seinen, so aus dem Körper gebührt ist, und wo der Harn her schwärmen, und das sitzt so aus, wenn er fliehende, der gelauft. Dort mehr als bloß ein Wurwerkhundtag, bis das Sonnenlicht kommen bloß so und so weit nähen, und dort wurde ein Nähndach, so haben viele Fisch grühte Ogen, und viele haben nicht nur die Möglichkeit, die Ogen töten zu machen, sondern die sind ärmer auf. Aber auch am Körper haben die festen Organe oder Dinger eingebaut, wo sie kennen Sperren, wo sich das Wurter bewegt, ungeirnt, oder Meiter besiedeirnt, entscheiden sie, dass dort Sperren aus dort kleine Fisch sind, oder wo du esst, damit sie nicht jängig unter Dinger nur prallen, wann sie schwärmen, oder dort sie auch, dass dort Ete fangen, wann sie hungrig sind. Einige Fische, die eine Plante äten, und einige Ete eben das kleine Fisch ist. Dort gibt es im Meer ganz, ganz kleine Dinger, wo Plankton heiten. Dort sind ganz, ganz kleine Planktien, und einige Fische leben bloß Dörfern. Sie schwärmen Dächtwurter mit dem Müll ganz oben, und sie haben doch nicht wirklich Täne, sondern in ihrem Müll sind Dinger, wo diese Dinger rödfiltern sind, und so leben sie von diesen ganz kleinen Dinger, wo im Meer Berne sind. Und eines der Städte, es gibt es mehr über 10,000 Meiter Däub, dort sind 10 Kilometer. Die meisten Dinger, die über einem Ozean leben, sind dicht wie Dör, wo Licht ist. Und dort ist ungefähr 100 Tage, und ich meine sicherlich, weil wir würden dann schwärmen, in den Ozean, in 100 Tagen, und ich meine Däub schwärmen, dann würde ansonsten, und so ja dies dafür kommen. Aber die Fische sind so gebührt, Gott hafte so gemocht, dort können Dör noch einmal sein. Aber bei 10,000 Meiter Däub, 1 Kilometer Däub, es hat auch ganz, ganz dies da. Und diese steht, wo sie nicht mehr planten, wenn sie planten, brücken Licht am Walsen, und hier ist nicht Licht. So ja oft hat auch sehr wenig Täten, wenn einer ist 10,000 Meiter Däub, und dort mehr nennen geduckt ist. Aber durch und ihr Leben auch Fisch, und sie ernähren sich von verschiedenen Dingen. Und sie ernähren sich durch sogar von Dör die Fisch, wort irgendwann von Buba kommt, wort und ihr kommt, raufgekommen sind. Und diese und ihr kommt mehr, dort wird sie dies da sein, sind noch Fische, von wort der Mensch noch niemals hier seine Haft. Wenn es der Mensch selbst haft sehr wenig mehr Täten, nur und ihr ändert mehr, nicht zu kommen, und dort verschiedene Dinge, in verschiedene Faschen, tun ihr Secken. Wie handelt, und darüber redet, dass der Mensch nicht schwierig erst in seiner Welt, wo Gott die Welt gemocht hat. Und so wird immer weiter daran geschafft, wird ganz ungekont, ganz unge im Meer zu kommen, um dort die verschiedenen Meeres-Tieren kennenzulernen. Dort in ihnen wohnen verschiedene Faschen, wird Gott auch so gemocht hat, dass sie selbst Licht produzieren. Dort meint, dass sie Dachen in der Distanis, und dass sie dort auch ein Bettbeter sein können. Einzige, wenn sie im Bett Dache Punkte haben, oder selbst Licht erzeugen mit ihren eigenen Körper, locken sie dort mit anderen Tieren an und freden sie dann ab. Was das Wiesende ist, wo einmal auch Gott Tiere angestellt hat, wo die leben sollen, sei dort auf dem Land, auf dem Bäuer, oder am duibsten Meer, hat Gott die Tiere so utgeräst, so gemocht, dass er überleben kann. Dass er Dinge an sich hat, wo er kann freden finden, und wo er kann sich wieder fümmieren. Wenn ein Fasch will sich wieder fümmieren, dann leicht er viele, viele Äher. Einzige Faschlein, Millionen von Äher, ob eine steht. Diese Faschäher kommen mit der Täti ut. Und bei jungen Fasch, ein Faschäher, wurden sehr viel abgefrieten von anderen Fasch. Vielleicht hat Gott deswegen so gebetet, eine Faschmame sehr viel Äher leichter, mit einzig, wenn sie überleben. Jeder Fasch hat seine Äher Orten, wie es für die Äher leicht und die besorgt. Einzige besorgen die Nüscht und sollten die bloß Töch und einzige Hülle diese Gäu und ihre Müll, bei der ütgekommen sind. So hat Gott jede Sorte hier einzig gemocht, und so gemocht, dass er überleben kann. In Wahrlich steht, wenn man einer darüber nur denkt und nur studiert und nur sieht, wie viele verschiedene Sorte feststellt und wie verschiedene Haare Götter gemocht hat, kann einer nicht ohne denken, als wo Gott sein hat. Dort hat alle sehr gemocht und auch jede Tier sehr gemocht hat, dass sich dort vermieren kann, wieder wursen kann, leben bleiben bleiben kann. Dei Sonnen, dei Himmel, dei Wolken, da glöte mehr, dei Mond, in dei stönt jetzt dort oder mir ganz gerade. Ose schreien, ose schreien, wenn er darf der wollen sein, hat Hemi, hat Femi, hat der wollen sein. Dei schreien, dei tier dei boime, dei feiters, hat was in der blommet nur Polen Mew kann scarred. Ose schreien, ose schreien, in der der hole sein, hat Femi, hat Femi, hat der hole sein. Doch schreien, wir schreien, uns alles ab ist der hat was doch Mimim heil und uns lächer, wie sich hält. Ose schreien, ose schreien, wenn er darf der Rolle sein, hat Femi, hat Femi, er darf der Rolle sein. Ose schreien, ose schreien, denn er darf alles sein, er treien, er treien, er darf der Rolle sein. Eine besondere Geschichte in der Bibel jefft, dass er einen großen Wolf verscht, einen Menschen abschlucken, wenn es der Mensch von Gott war heran. Gott hat einen besonderen Auftrag für diesen Menschen. Er will haben, er soll weit gehen in eine Stadt, wo das gar nicht gehen. Er wird diese Menschen kratzen. Und hat wir ganz zufrieden, dass Gott mit ihm reden und dass Gott seine Botschaft geht für seine Leute, für seine Menschen, für sein und für sein Volk. Gott soll heute noch gerne eine gute Botschaft bringen. Er soll noch sagen, dass sie von ihren Sünden weicht drehen und Gott selbst folgen. Er will nicht, am Jager nicht. So rin hier fort, vielleicht wird Gott von am Vierten. In die Weit der Geschichte er ist er selbst lesen im Elm Testament, wo Jona dann weich von sein darf und wie weich gehen will. Aber Gott schickt einen großen Wollfisch, der Jona abschlucken hat. Und dann muss Jona im Buch von diesem Wollfisch bleiben, was das Wollfisch am Uitspielen hat. Wir weiten, dass Gott nicht lehnt hat. So wir weiten, dass diese Geschichte ganz war ist. Und das ist eine große Wollfisch, die nicht fisch sind, sondern sagen, dass wir sprechen deiden, was können ein Mensch abschlucken und war ein Rutspielen. Ich kann mich gut vorstellen, dass Jona gut gestunken haben, als sie aus dem Wollfisch sein Buch Rutspielen war. Aber er ginge an und vertelle den Menschen, dass Gott mit mit er und sie sollen von ihre Wege. Gott will auch die sein, dass er mit 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 sie und er leidendet. Ich möchte, dass du sie sehen, sie annehmen ist und dass du sie mit gut Gemeinschaft haben. Das scheint für die Anstalt nach dem Programm von What's Did. But nächste Mal von Sieg Linde Tafs.